Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Hallo, ich bin Julia Schäfer, ich bin 20 Jahre alt, spiele Außenangriff und bin seit dieser Saison beim Allianz MTV Stuttgart. Ich bin die Kim Renkewa, bin 29 Jahre alt und bin seit 2010 die Außenangreiferin in Stuttgart. Ich bin Julia Wenzel, bin 19 Jahre alt und spiele seit letzter Saison Annahme außen für Stuttgart. Dort, wo sie normalerweise selbst trainieren, haben Julia Schäfer, Kim Renkewa und Julia Wenzel jetzt selbst mal die Trainerrolle übernommen. Ihre Schützlinge waren dabei Jugendliche der Fördergruppe des Anahag Mehrgenerationenhauses. Unterstützt wird dieses Projekt vom Verein Allianz für die Jugend, der Kinder und Jugendliche fördert. Dort werden unter anderem junge Menschen mit geistiger Behinderung in einer dreijährigen Bildungsmaßnahme auf ihre berufliche Zukunft am ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. Dabei sollen sie vor allem auch ihre eigenen Stärken und Talente kennenlernen. Und Talent haben sie auch beim Volleyball. Ja, auf jeden Fall, die sind alle sehr lernfähig. Also ich finde es jetzt schon krass, dass sie vom Anfang, wie sie vom Anfang bis zum Ende sich jetzt entwickelt haben. Im dritten Baggern funktioniert es schon jetzt viel besser als am Anfang und ja, hat super Spaß gemacht auf jeden Fall. Talent zeigen auch die Profis von Allianz MTV bei ihrer Aufgabe als Trainer. Für Julia Schäfer ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein durchaus mögliches Berufsfeld für die Zeit nach der Karriere als Volleyballerin. Also generell hatte ich darüber eventuell immer nachgedacht, weil ich finde es sehr schön, wenn ich mein Wissen an Kinder weitervermitteln kann. Und es macht mir halt auch sehr viel Spaß, mit Kindern generell zu arbeiten. Es ist halt auch einfach schon schön, wie Julia gerade gesagt hat, wie man dann Entwicklungen sieht und wie sie sich verbessern. In Sachen Volleyball können die Jugendlichen sicher viel von den Profis lernen. Doch auch die Spielerinnen können sich von den besonderen Trainingsgästen noch einiges abschauen. Das auf jeden Fall und ein Ding können wir sicherlich lernen. Die haben unglaublich Spaß an der Sache und ja, das macht das. Und dann haben wir auch Spaß an der Sache und das können wir auch sicherlich lernen, dass wir im Training auch mal mit so viel Spaß und Sport verbindet. Und das ist ein unglaublich schöner Morgen. Neben der richtigen Bagger- und Pritschtechnik können die Jugendlichen aber noch mehr von der exklusiven Trainingseinheit mitnehmen. Zum einen bewegen sich die Jugendlichen viel, sie agieren im Team, sie lernen was über Teambuilding, lernen sich mit den anderen auseinanderzusetzen, abzusprechen. Sie erleben sich selbstbewusst und haben Erfolgserlebnisse. Die inklusive Trainingseinheit von Allianz MTV Stuttgart und der Fördergruppe des Anna Haag Mehrgenerationenhauses eine rundum gelungene Sache. Und mit der tollen Unterstützung der neuen Fans konnte Allianz MTV Stuttgart gegen Erfurt auch schon den nächsten Erfolg feiern. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart.